Wenn du mit einem alten Hund oder einem Hund mit ungewöhnlichen Symptomen zusammenlebst, ist es normal, dass du über die Möglichkeit des Todes nachdenkst, damit du auf das Schlimmste vorbereitet bist. Deshalb stellen wir dir in diesem Video die häufigsten Symptome vor, die darauf hinweisen, dass ein Hund sterben wird, damit du weißt, was zu tun ist, wenn das Schlimmste eintritt. Bevor wir jedoch beginnen, empfehlen wir dir, deinen Hund zum Tierarzt zu bringen, wenn du irgendwelche ungewöhnlichen Symptome feststellst. Das ist für den Fall, dass man noch etwas tun kann, um das Tier wieder gesund zu machen. Im Laufe der Zeit verringern ältere Hunde ihre körperliche Aktivität und wollen sogar gar nicht mehr so oft spazieren gehen wie früher. Diese Veränderung kann uns helfen, wenn wir den Verdacht haben, dass etwas mit unserem Tier nicht stimmt und uns motivieren, es zu einem Check-up beim Tierarzt zu bringen. Kranke Tiere oder solche, die dem Tode nahe sind, zeigen abnormales Verhalten, woran man erkennen kann, dass es ihnen wirklich schlecht geht. Aus diesem Grund ist es wichtig, einen Blick auf Verhaltensprobleme zu werfen, die mit der Stimmung zusammenhängen, wie zum Beispiel Aggression oder abnorme Bewegung. Es ist auch möglich, dass wir Inkontinenz, Erbrechen, Durchfall oder andere körperliche Störungen beobachten. Dehydrierung, übermäßiges Hecheln oder eine abnormale Temperatur können uns ebenfalls sagen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Wenn ein Hund anfängt, jede Art von Futter zu verweigern, besonders sein Lieblingsfutter, bedeutet das, dass etwas nicht stimmt. Es kann auch sein, dass er kein Wasser mehr trinkt, also müssen wir herausfinden, wie wir ihn mit Flüssigkeit versorgen können. Als Folge des Futter- und Wassermangels werden wir beobachten, dass der Hund Galle erbricht, weil er nichts mehr im Magen hat. Danach beginnen die Organe zu versagen, was zu Schmerzen, Ablehnung von Gesellschaft und Unwohlsein führt. Wenn du beobachtest, dass dein Hund sich mit den oben genannten Symptomen allein in eine abgelegene Ecke deines Hauses oder deines Gartens begibt, ist es wahrscheinlich, dass er dem Tod nahe ist. Deshalb raten wir dir, einen bequemen Platz zum Ausruhen zu finden oder den Ort, den sie gewählt haben, bequemer zu machen. Es ist wichtig, dass sie sich nicht allein fühlen. Nur ein Spezialist kann feststellen, ob dein Hund kurz vor dem Ende steht oder ob es einen anderen Grund für die Symptome gibt. Außerdem hat ein Tierarzt diese Situation schon einmal durchgemacht und kann dir helfen, die richtige Entscheidung über die Behandlungsmöglichkeiten zu treffen. Der Tod eines Hundes ist einer der schmerzhaftesten und traurigsten Momente für jeden Tierhalter. Eine schwierige Entscheidung ist die, was mit dem Körper des Tieres geschehen soll. Wenn der Hund in einer Tierklinik gestorben ist, wird ein Spezialist wahrscheinlich dazu raten, den Körper des Hundes einzuäschern. Das wird man entweder privat oder mit den Körpern anderer verstorbene Hunde machen. Wenn dein Hund zu Hause stirbt, kannst du den Tierarzt anrufen, um das gleiche Verfahren zu befolgen. Alternativ kannst du ein Tierbestattungsunternehmen anrufen und ihn sogar auf deinem eigenen Grundstück beerdigen lassen, damit er in der Nähe deines Zuhauses und deines Herzens bleibt. Es ist möglich, den Tod eines Tieres zu überwinden. Dennoch kann es ein langer Prozess sein, der nach einer angemessenen Zeit der Trauer Zeit und Akzeptanz erfordert. Wenn dir das Video gefallen hat, würde mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.